So, hi und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Soulcruiser. Ich befinde mich gerade in meiner Küche oder im Werkraum oder wie man so sagen mag. Ich mach mal hier so. Ich hab hier ein bisschen noch umgebaut gehabt. Ich hab jetzt hier, ja ich guck mal hier so, guck mal mal. Hier hatte ich so eine Durchsicht, damit man mal reingucken kann, hatte ich gemacht, hatte ich so als Idee. Ich hab hier ein bisschen Verzierung gemacht mit Holz. Hier auch wieder mal drauf reingucken. Hallo Schabe. Hab hier eine kleine Sitzecke gebaut mit Panorama View auf den See. Hab überall Rahmen gemacht mit den Zeichen dafür, wie hier halt Klo oder bei der Küche hab ich glaube ich Fleisch drauf gemacht. Ja, Schlafzimmer. Was willst du denn hier? Mach dich weg. Ja. Kommst du denn raus? Keine Ahnung, ich mach da nochmal eine Fackel hin. Ich weiß nicht, ob die Viecher... Naja. Mach da auch nochmal eine hin und meinst du hier auch. So, ähm... Ja, ich hatte sogar draußen angefangen halt bei der letzten Folge schon mit dem, äh... mit dem Lager. Hab aber jetzt schon ein bisschen weiter gemacht, weil, wie gesagt, ich musste tonnenweise Steine besorgen und, ähm... Ja, genau. Bei der Holzjagd hab ich dann auch noch hier, ähm, Fichtenholz gefunden. Wer macht denn hier wieder... Alter, was ist denn hier los? Geh mit hier halt umsonst? Den ganzen Krokus. Naja, gut. Ähm... Hab ihn dann hier ein bisschen verschönert mit diesem Fichtenholz. Ich muss mal gucken, ob ich auch alles richtig dicht habe. Ja. Okay, das ist halt, ähm... Noch immer der Holzfäller ohne Name. Ähm... Hier hab ich dann halt angefangen... Mit dem... Was wollt ihr hier alles? Haut doch mal ab! Ja, geh! Hau ab! Scheißvieh! Ich muss hier... Ja, gleich wird der sauer, wenn ich unter dem dort wegbaue, glaub ich. Nicht so spät ist, wenn ich den mit dem Spaten in das Gesicht haue. Ja, genau, jetzt. Mach dich vom Acker! Du alte Möder-Handtasche! So. Nur die Handtasche wieder weggeräumt. Weißer, Mo Creatures, ähm, in allen Ehren, aber manchmal nervt er doch echt über die ganzen... Viechers. So, mal gucken. Was hat ich hier? Och nein, sie ist kaputt. Ja, machen wir dann jetzt am schlauesten. Ähm... Schlaußen mach ich dann, indem ich hier erstmal hell mache. Ich hab ja hier... Bin sie eh hell, ne? Hat ja schon angefangen, so ein bisschen hier zu verzieren und so. Äh... Ja, ist nix. Jetzt mach ich mir irgendwie eine Schippe bauen, ne? Äh... Äh... Das brauchen wir denn hier? Die Rahmen brauchen wir gerade nicht. Holz nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir gar nicht. Ähm... Ach, ne. Welches Holz brauche ich denn jetzt gerade nicht? Da, Tropenholz. Tropenholz braucht sowieso keiner. Jetzt im Moment. Ähm... So... Bah... Erstmal ein paar Stöcke. Ein paar zu viele, aber ist egal. Hab ich Eisen hier? Yes. Ach, scheiße, ich nehm Gold. Ich nehm ich Gold. Na, ich nehm natürlich kein Gold. Ist doof. So, ähm... Ein, zwei. Ein, zwei. Also... Jetzt hab ich keinen Platz für eine zweite Schippe. Ich... Raste aus. So. Ähm... Tun wir mal weg hier. Erde, ne, Zaun, das kann weg. Ja, das ist... Shit hier. Die Falltüre, da würde ich mindestens gerne eine gleich haben wollen. Das... Das brauchen wir nicht mehr. Sand. Ja, komm. Den Rest wären wir schon los hier. Gut. Ähm... Wo waren wir dran? Genau. Wir können jetzt auch schon mal eben hier. Wenn wir eh gerade am Buddeln sind. Ich hätte den Außenrand hier schön mit Dingens gemacht wollen. Äh... Für viel mehr. Ein bisschen heller. Das sieht man nachher eh nicht mehr. Wir hatten so viel von. Nachher die Kisten drüber kommen. Was willst du denn schon wieder hier? Ja, sch... Frech erhalten, Alter. Hau ab, Mann, du Picher. So. Mit so einer langen Zunge, da kann man halt nur schichtlaute von sich gehen. So. So, ja. Jetzt, ähm, will ich hier Steine verlegen und dann, da geht das wieder nicht, weil da die scheiß Wege ja drin sind. Ja, ist ja, Moor Creatures ist schön, aber... Ja, das Nerven, die im Weg sind, ne? Ja, da ist der Blöde. Ja. Oh. Nein, jetzt die Spitzel... Gut, Spitzel, da kommt es heute nicht so schlimm. Ja. Weg. So. Ähm, ja, die Wände hatte ich schon vorbereitet. Ich habe ja sogar das Dach schon teilweise vorbereitet. Aber auch nur, damit ich nachher weiß, wie das auszusehen hat. Na, komm schon. Na, da muss ich auch noch von außen alles wegmachen. Ach, ne, doch. Gut, die Wände sind schon mal dann okay. Hallo, kannst du, ähm... Na, schau wieder, die geile Zunge, oder? Das, 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 das... Okay, dann haben wir das hier gleich... Ja, 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 der ist wenigstens, der macht Platz. Warum auch immer, aber er macht Platz. So, hier würde ich das anders machen. Hier mache ich das so. So, 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 so. Ja, jetzt gemacht hier, genau. Eins, zwei, drei. Ne, mach nochmal hier. Ich will ja irgendwie... Ja, komm. So passt das. Genau, jetzt mache ich... Habe ich noch genug? Oh, ich habe nur sieben Zäune. Da komme ich jetzt nicht so weit, ne? Da. Hm. Ich hätte jetzt eigentlich gerne... Ne, ich hätte da gerne zugemacht, so. Und hätte hier unten... Weil da kommt ja auch noch weg. Bis unten hin. Machen wir später. So. Kommt auf jeden Fall Licht dann rein. Erstmal. Ich habe eine Flieger im Monitor, die nervt. So, jetzt können wir mal eben gucken. Genau, hiermit wollte ich jetzt anfangen und wollte die dann... Jetzt muss ich gucken, was die... Ja, genau. So. Da kommt Ruhe drauf. Ruhe drauf, Platz. Ruhe. Ich muss jetzt gucken, weil ich nicht gezählt habe, ob das hier passt. Ja. Meinetwegen. Bis hinten in den Rand. Und das gleiche... Nein. Nein. Ja, genau. So, hey. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, genau. So muss ich das haben. So. Und jetzt wird das auch noch lustig. Ich muss mal mal gucken. Das ist jetzt hier. So. Ja, genau. Krieg ich natürlich auch noch irgendwo hier. So. Das müssen wir mal überlegen. Der Witz. Da werde ich eh nur zwei hinkriegen. Das heißt, das heißt, das setzt sich die... Ich versetze weiter nach hinten. Ach. Das muss ja auch irgendwo ein bisschen cool aussehen, ne? So. So. Machen wir den hier weg. Und das auch. Okay. Dann kommt da einer hin und da. Da und da. Ja, schick. So. Jetzt muss ich auch da hier hoch, ne? Ja, da werde ich dann später da oben drüber die... Wie ich gesagt habe, ich mache ja nach oben drüber irgendwie auch noch eine Etage. Dann werde ich nachher dieses schöne... Oh, Kobels, die gehen schon wieder aus. Dann werde ich nachher gucken, dass ich dieses Tropenholz... Tropenholz, das habe ich ja eh in Massen hier, in der ganzen Umgebung. Dann werde ich dieses Tropenholz dafür benutzen. Autsch. Ähm. Für die blöden Kisten dann, ne? Ja, das wird auf jeden Fall... Das muss ja auch alles so passen. Mh... 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 Das habe ich extra so viele von gemacht. Mh... Mh... Okay... Ja, guck, guck... Das ist doch, ne? Wie ich schon sagte, also wenn ihr nachher wirklich massig Platz habt, das sind... Acht Kisten pro Seite, das heißt 8... Nochmal 8 sind es schon 16 und dann hast du hier nochmal 8 in der Mitte, da bist du schon bei 24 Kisten. 24 Kisten, eine Etage. So, wenn ich jetzt hier noch hochgehe... Mh... Ja, gucken wir mal. Vielleicht gehe ich auch nicht hoch. Ich muss gucken, wie das nachher mit dem Dach wird. Ich habe hier ja angefangen. Da. Da, genau das ist das Dach. Ähm... Mh... Muss ich dann auch noch weitermachen? Oh, da geht schon wieder los. Dach weitermachen geht nur... Nein! Geht das jetzt nicht? Na, nicht verabreden? So, genau. Ja. Na, hallo. Und schon wieder. Zu schräg. Ja, manchmal ist Minecraft ein wenig empfindlich. Aber wäre es das nicht. So. Ja, guck an. Ist das okay? Dann machen wir jetzt hier. Zack. Und zack. So, ja. Ja, das war später. Na, schon wieder. Ja, ich glaube, ich müsste das so machen, dass ich... das soll sein, dass ich hier hochomme. Ich... Ich kann... ... so, es will nicht hier oben... Hallo. Can we do not have it? ... sondern... ... so... das geht auch so gar nicht wie ich es gerade vorhatte ich muss tatsächlich hier ich würde so hochbauen so das ist auch immer da kann keine Anfälle kriegen soll hier das ist also ein Millimeter zu weit nach links oder rechts und da schon wieder Tötenhass so und so genau das haben wir nämlich da schon die ersten Etagen Sand nervt Sand nervt Dankeschön ja halt hier muss ich ja nachher gucken aber ich Verzierung noch dran der muss weg kann da hin der muss auch weg so ja ich wollte gucken dass ich ja ich muss gucken wie ich das mache Werkbänke und so brauche ich hier oben nicht die könnte ich vielleicht eine Werkbank oder so könnte ich hier vorne oder hinten in die Wand einlassen oder vielleicht doch in die Seiten weil ich wollte das machen ich habe nicht so viel Holz mehr am Start hier ich wollte das so machen so in der Richtung Hallo Na komm schon So und dann halt die Kisten da rein ja Hallo 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 Die Frage ist halt immer nur da natürlich nicht da kommen natürlich wieder unsere geliebten so die hinten so sollen die fenster dann halt sein holz gibt mir das holz so dann halt ja dann muss ich halt gucken ob ich dann da oben noch irgendwie da muss halt hier stein bleiben weil das nur die wand das heißt hier muss ein theoretisch dann auch einmal höher und deswegen ich glaube ich werde hier aus ästhetischen gründen muss ich die wand ein nach hinten treten das nervt mich sonst später machen dann habe ich gleich wieder was zu tun genauso wie das beschissene dach sind so sachen da ich mich da gleich so wahrscheinlich ärgere nicht funktioniert mache ich da gleich lieber schnell mal im offscreen setzen blöde dach drauf und dann sieht das hier auch schon wieder so gut wie fertig aus der muss halt auch noch mal ein höher dann ja aber sonst kann ich mit schrägen da nicht drauf machen das machen wir noch fertig obwohl jetzt schon wieder überziehen mit der folge dazu haben wir noch hinkriegen hier ok noch hier oben ja ist egal so weil ich nämlich glaube dass ich habe da schon wieder kein haus holz mehr am start oder doch vier ups vier sind auf jeden fall zu wenig aber das egal zack zack na komm schon da muss ich gleich wieder holz holen so dann hätte man das auf jeden fall dann so müssen das hier gleich noch einen verbreitern ist jetzt nicht so das problem hier gucke ich mal wie ich hier noch was mache irgendwie ist das hier prädestiniert für noch mehr kisten aber dann ist die wand hier sehr wahrscheinlich zu nah oder wenn ihr reinkommt so rennt sie direkt mal gucken vielleicht mal einfach hier eine holzwand hin mache ich die auch als holz damit das hier drin schöner aussieht ich überlege mir das mal so soweit so gut merkt euch noch hier weht aussah ich denke das ding wird dann nachher fertig sein und dann machen wir da mal ein ründchen durch haut rein euer soul tschuss 360 an 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 Vielen Dank.